Machen wir gleich weiter mit ZOWER 2.2 Jawoll, oh, wieder grüne Landschaft und ja, denkst du, was ich sehe, wenn du da oben stehst, das dann Tarnfahrt, hopp, fall runter, fall runter Ohlalala, Pilz, halt, Pilz, ja Ich hauße es Okay, dann ohne Pilz weiter Oder, oh doch, oh doch, ich hole mir doch Ja, ich bin mutig genug und hole mir Noch eine Schildkröte Wir springen gleich ganz drüber und noch mehr von den Dinger Ah, Blume, ja, okay Und, ja, ich sehe Was mache ich denn? Springe ich wieder voll neu Ja, ganz toll Schön, was ich das Was da? Nichts Da ist jetzt wahrscheinlich überall nichts drin, ha? Nichts, ja Noch mehr nichts, ganz viel nichts Oh, oh, ein Leben, ein Leben Ich will das Leben Ich werde es brauchen Und nicht so weit das Spiel, auf jeden Fall Und tschüss Pilz Oh, nee Nichts, nichts, ja Ihr mich auch Und jetzt dann überspringen Oh, ganz toll Ganz toll Oh, gar nicht so schön, wie es aussieht Und, ah Komm her, komm zu Papi Oh, ich werde den Pilz auch gleich noch Und jetzt da rauf Oder was, oder wie, oder wann, oder wo Oder wer, hä Oh, da falle ich ja durch Oh, ich hab doch Oh, komm Ich hab das Spring gedrückt Komm, nochmal Also, du kommst runter Runter Du kommst schon runter Okay, ja Okay, Pilz Oh, nein Tsch Oh, tschüss Pilz Oh, das ist jetzt geklappt Hat mich gewundert Und, tschüss Was Was Das wirkt Nein Oh, ja Komm Du mich auch Ah, hier ist noch ein Pilz Lass es So, dann Dann Wollen wir dann Da, da auf Wollen wir Na, kommt dann Kugel Komm Oh, ich werde raus Das Leben schenke ich mir Kann ich eh nicht behalten Obwohl, besser ich nenne es mit Tschüss Oh, 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 oh Vorsichtig Vorsichtig Zerbrechlich Und so Da war doch Oh, Pils Pils Da war nix drin, oder? Nix Ja, brauchen wir nix Ganz toll So war das doch nix Da war jetzt mal hier runter Ah, geh weg Komm her Komm her Hier runter Ich bin auf den Pilz So, also Wir wollen jetzt Wir wollen Wo wollen wir denn hin Wir wollen dann über Glaube ich Und dann ganz da Überspringen gleich Oh, es hat geklappt Es hat geklappt Oh, oh, ein Eispilz Ein Eispilz Und Also den jetzt zu kriegen Wir sind echt anspruchsvoll Aber ich will den Ich Moment Ich mach das Ich geh dann über Und Hilf auf die Schildgräder Hoff, dass ich nicht Über das Sterbe Dann versuch Und tüttel das Ding Ja, funktioniert Mein Plan funktioniert Und ich seh die Tür Ich seh die Tür Ich seh sie Ich seh sie Vermünzt Und raus Und warum hab ich jetzt drei Leben Ich hab nur noch eins eingesammelt Begal Speichern Speichern ist wichtig Auf jeden Fall Welt 2, 3 Jawohl, jawohl Welt 4 Mach mal Wohl, fertig noch Komm Spiel mir das Spiel heute durch So, und dann das ganze Ganze Zeug Hola Der war gut So müssen wir weitermachen Dann wird das was Ganze Zeug dann noch umwandeln Und dann hochladen Ich komm den Block nicht auf Ich bin zu blöd An den Block hochzuspringen Gut, hab ich schon mehrmals bewiesen In dem Spiel Nix neues Oh, was ruckt denn da schon Wird das so Oh, ist ja schlecht Nicht schön Nicht schön Oh, Sägeblatt in der Luft Und ich kann die einfrieren Ist ja cool Jetzt steht es einfach so In der Luft rum Ganz normal Wieso Sägeblatt eben rumsteht Oh, den will ich noch haben Den brauche ich Und kann ich die da oben auch einfrieren Ja, kann ich Das macht die Sache aber einfach Ist ja noch besser als eine Feuer Ach, neben einer Feuerblume Kann ich die auch zerstören Und was ist da noch Münzen Egal, nehmen wir mit Und Hm, wechseln wir Wechseln wir Wechsel Feuer ist Anders Besser, naja Aber Auf jeden Fall Anders Das ist wichtig Nichts Höllen kreativ Heute mal wieder Und Boah Ich hasse euch Euren Plattform Oh Okay Ich verbrenne ich aber auch noch Einfach, weil ich es kann Und ein Leben Ah Wer hat diese riesige Kugel da hingestellt Und warum sehe ich die nicht Bin ich blind Optiker Ich sollte dringend mal wieder zum Optiker Na komm Ach, wollen wir mich jetzt verarschen Und weg Und raus Man, da ist eine riesen Kugel Eine riesen Kugel Und ich sehe sie einfach nicht Ich sehe sie einfach nicht Ach So, die Welt hauen wir gleich noch durch Komm, komm, komm Zwei, vier Ja, äh, äh Und Pilz Pilz, nehmen wir mit Nehmen wir mit Was Wo kommen wir da hin Kommen wir nicht rein Ach, kommt mir überhaupt hin Hey, da kommt man mal rein Wow Was ganz was Neues Wir haben wir abwechselnd reingebracht Oh Unten laufen schon wieder Stacheldinger rum Die ich nicht töten kann Äh, klasse Da, was kommt da raus Nix Nix Komm mal nicht rein Ganz was Neues Was ist Oh, den wollen wir nicht mitnehmen Nein, der ist böse So, was ist da unten Da ist der Filz Kann ich da runter springen Oh, la, 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 la Was ist da drin Hm, geh weg Geh weg Eine Feuerblume Wir wollen Feuer Ja, ja Feuer ist besser Als Eis Und jetzt schauen wir doch mal Was da unten ist Und da ist Boden Noch mal Glück Ah, klasse Vielleicht hätte ich doch lieber oben Gleich Irgendwie lang Sollt Na, klasse Oh, komm Ich bin wieder mal schneller Als mein Feuerball Jawohl Blume Da rein Nein Kann scheinbar nur in die Rörer nach vorne Äh Tisch ab Tisch Tisch ab, habe ich gesagt Schlechte Hitbox Und die Tür Ich sehe die Tür Ich sehe die Tür Und raus Und raus Wenn die Level jetzt kürzer oder was Egal Ich will mich nicht beschweren Tür Speichern Ja, genau Sehe ich das gerade richtig Das sind nur noch Drei Runden Drei Runden noch Kommt, oder? Könnten noch drei Runden sein Bin ich mir jetzt unerschlossen Ob der Weg da oben Jetzt wirklich rauf geht Und Oder nicht Und Oh, ist nur ein Pilz Warum gibt er mir keine Blumen Blume Das wäre viel schöner Ey, das ist schön Ohlala Das sind immer so Sachen Nach mir Und Naja, den Pilz nehme ich auch Die sollten dringend Die Mütze überarbeiten Sie sieht immer noch aus Wie ein Kochtopfdeckel Oder Irgend so was Oh man Was da drin Und Stern Stern Ja Wer braucht schon einen Stern Ich nehme lieber die Münzen mit Kann ich? Nein Kargummi Automaten Oder so schmeißen Ja Und tschüss Tschüss Und Was soll denn das? Und Jetzt komme ich da wieder Hinauf Wieder zu blöd Und noch ein Pilz Jawohl Sind wir ja gut ausgestattet Und Nein Ihr wollt nicht wirklich Dass ich da nübersp... Oh, komm Ich hätte die Plattform noch irgendwie kleiner gemacht Och, und da ist noch so irgendwas, das mich töten kann Sehr schön Komme ich da irgendwie weiter? Nein Sieht nicht so aus Nein Toll Ich muss also auf diese Plattform springen Ich hasse euch dafür Ich Habe es gleich beim ersten Anversuch geschafft Wow, ich bin nicht gut Wow Ich treffe ihn mal wieder selbst Und Wie, das war's schon Nichts mal eingefallen oder was? Machen die Level-Knotkürze Egal Spann ich noch mal auf'm Anderen Haben so viel Kommen wir auf'm Anderen schneiden